Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Windows Area. Wenn ein neues großes Windows Update erscheint, kann es manchmal sein, dass wir es nicht direkt zu Erscheinungstermin herunterladen können, auch wenn wir in den Einstellungen nach neuen Updates suchen. Ihr seht, Windows meldet, mein Gerät wäre auf den neuesten Stand, obwohl ich weiß, dass ein Update verfügbar ist. Hier kann ein Tool von Microsoft aushelfen, womit ihr sofort das neue Update herunterladen könnt. Dazu navigiert ihr auf die Webseite, die in der Beschreibung verlinkt ist und klickt hier oben auf den Jetzt Aktualisieren-Button. Dann müsst ihr euch eine Excel herunterladen, das macht ihr einmal und diese wüssten wir dann ausführen. Es fragt nach Administratorenrechten, die braucht es, also ja. Falls die Meldung aufploppt, vielen Dank für Ihr Update auf die aktuelle Version von Windows 10 und er kein Update findet, dann seid Ihr bereits auf der neuesten Windows 10 Version. Dann habt Ihr das Update entweder schon gemacht oder Ihr habt eine Fehlinformation gelesen. Wenn jedoch ein neues Update verfügbar ist, dann sieht der Prozess wie folgt aus. Und zwar wird mir die Meldung angezeigt, dass ich jetzt auf die neuesten Windows 10 Version aktualisieren kann. Hier wird mir auch angezeigt, welche Version auf meinem Computer installiert ist und welche die aktuellste ist. Ich kann mich noch entscheiden, ob ich jetzt aktualisieren möchte oder später. Ich klicke hier mal auf Jetzt Aktualisieren. Dann wird kurz mein Computer überprüft, ob er die Anforderungen für das Update erfüllt. Dann kann ich hier auf Weiter klicken und dann wird Windows 10 heruntergeladen, installiert und der ganze Update-Prozess wird vollzogen. Das kann je nach Internet und Gerät lange dauern. Man kann mit einigen Stunden rechnen. Deswegen würde ich mir dafür genügend Zeit einplanen. Das war es auch schon mit dem Video. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wie bereits erwähnt, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vergiss nicht auch mal auf Windows-Area.de vorbeizuschauen. Oder lasst ein Abo da, falls ihr euch für Windows 10 interessiert und nichts verpassen wollt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Update und auf Wiedersehen. Also ganz garantiert. weird perfekt. Ich bin ich 100 Minuten Ron twitter Plate. Ich tiens Kurze. denke ich eigentlich immer an. Ich habe weiß, was ich die compartmental tuitionرت n Avec micherd, Vielen Dank.